Wir sprechen über Ray Rivera. Suizid oder Mord? Seit 15 Jahren müssen sich die Hinterbliebenen von Ray Rivera diese quärende Frage immer wieder stellen. Hat der lebenslustige junge Mann, der Ziele und Träume hatte, wirklich Suizid begangen oder steckt hinter seinem Tod etwas viel Düsteres? Wusste Ray zu viel und musste deshalb getötet werden? Und was hat es mit dieser mysteriösen Nachricht auf sich, die Ray als einziges hinterlässt? Ray Omar Rivera wird 1973 geboren und wächst in einer liebevollen Familie auf. Sein Vater arbeitet bei der Air Force, weshalb die Familie oft umziehen muss. Und er hat ein enges Verhältnis zu seinen Geschwistern und Eltern und er geht als lebensfroh, kontaktfreudig und humorvoll. Und zusammen mit seiner großen Liebe und späteren Frau Allison zieht Ray nach Südkalifornien, denn er hat einen großen Traum. Er möchte Schriftsteller und Regisseur werden. Aber ja, der Erfolg bleibt aus für ihn. Um Geld zu verdienen, geht er dann 2004 auf das Angebot eines guten Freundes ein, in dessen Firma zu arbeiten. Porter, Stansberry und Ray kennen sich schon seit der High School und sie spielten zusammen Wasserball. Stansberry lebt und arbeitet in Baltimore und hat sein eigenes Unternehmen, Stansberry & Associates Investment. Und er gibt unter anderem Finanz-Newsletter raus. Er bietet Ray dann auch immer wieder an, in seiner Firma als Texter oder Videograf zu arbeiten. Und was Ray zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß, ist, dass bereits vor seiner Einstellung Untersuchungen von der Börsenaufsichtsbehörde gegen das Unternehmen seines Freundes laufen. Porter, Stansberries Firma soll 1,5 Millionen US-Dollar Schadensersatz für die Verbreitung falscher Aktieninformationen und den Betrug von Investoren durch den Finanz-Newsletter zahlen. Stansberry selbst bestreitet jegliche Vorwürfe. Im Dezember 2004 wagen Ray und Allison den Schritt und ziehen nach Baltimore, wo sie niemanden bis auf Porter kennen, die beiden heiraten, wollen bald eine Familie gründen und sie führen ein glückliches Leben. Und mit diesem Hintergrund wirkt es noch seltsamer, was sich am 16. Mai 2006 ereignet hatte. Allison ist an diesem Tag auf einer Geschäftsreise und am Abend versucht sie ihren Mann anzurufen, aber er geht nicht dran. Allison ruft daraufhin eine Freundin an, die zu dieser Zeit bei der Familie wohnt. Und diese erzählt, dass Ray gegen 18.30 Uhr einen Anruf bekommen hatte und in Eile das Haus verließ und nicht wieder zurückgekommen ist. Und auch am nächsten Morgen ist Ray nicht nach Hause gekommen, woraufhin seine Frau dann nach Baltimore fährt und auch Rays Familie reist sofort an. In allen kommt das sofort merkwürdig vor, dass Ray nicht erreichbar ist und niemand weiß, wo er ist. Ray ist zuverlässig und er verschwindet nicht einfach, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und alles im Haus der Riveras wirkt so, als hätte der 32-jährige Ray nur kurz das Haus verlassen. Das Licht im Büro brennt noch, ja, nur sein Auto fehlt. Und seine Familie und Freunde organisieren die Suche nach Ray und Porter Stansbury schaltet außerdem die Presse ein und er gibt eine Belohnung von 1000 Dollar für Hinweise frei. Aber niemand scheint Ray nach dem 16. Mai 2006 gesehen zu haben. Es gibt keine Bewegung auf seinen Konten und sein Handy ist aus. Sechs Tage nach seinem Verschwinden finden schließlich Allisons Eltern das Auto von Ray. Es steht auf dem Parkplatz des Hotels Belle Vidaire, einem Gebäudekomplex, das früher ein Hotel war und heute als Wohn- und Bürogebäude genutzt wird. Und nicht weit davon entfernt ist auch Porter Stansburys Firma, bei der Ray gearbeitet hat. Das Auto muss dort seit bereits dem Tag seines Verschwindens stehen, denn er hat das Beweis der Strafzettel an dem Wagen und nichts deutet darauf hin, dass das Auto gestohlen war, sondern von Ray selbst dort abgestellt wurde. Freiwillige suchen dann die gesamte Gegend nach Ray ab, bis Kollegen von ihm dann zwei Tage später eine interessante Entdeckung machen. Im flachen Dach eines Nebengebäudes des Belle Vidaire, was als Konferenzraum genutzt wird, ist ein Loch. Man erkennt dieses schmale Loch nur vom benachbarten Parkhaus, wenn man runterschaut. Und dort in diesem ungenutzten Konferenzraum macht die Polizei die schreckliche Entdeckung, Ray Rivera ist tot. Anhand der Verwesung wird geschätzt, dass Ray dort seit dem Tag seines Verschwindens tot lag. Aber wie kommt der 32-Jährige dorthin? Das Loch in der Decke ist schmal und Ray Rivera kann nur senkrecht und gerade so durchgepasst haben. Und die Autopsie offenbart massive Verletzungen, die nur einen Sturz aus extremer Höhe schließen, denn er hat mehrfache Rippenbrüche, Lungenquetschung, Prellung, Abschürfung, ein Schädelbruch und offene Brüche an den Beinen. Von wo sprang Ray, wenn man davon ausgeht, dass es Suizid war? Zunächst gehen die Ermittler davon aus, dass er vom oberen Dach des Belvedere sprang, aber das scheint unmöglich zu sein, denn das Loch ist 14 Meter vom Dach entfernt und Ray ist zwar sportlich, aber er trägt nur Flip-Flops und es ist unter keinen Umständen möglich, dass er erst 14 Meter nach vorne springt und dann gerade durch das Dach stürzt. Könnte es also sein, dass er vielleicht vom gegenüberliegenden Parkhausdach sprang? Auch dort ist das Loch zu weit weg, außerdem wäre er dann nur 6 Meter tief gestürzt, was der Schwere der Verletzung widerspricht. Eine weitere Theorie untersucht, ob Ray von einem Vorsprung im 11. Stock des Belvedere sprang, aber auch das scheint unmöglich, denn wie sollte er dort hingekommen sein? Es gibt keinen direkten Weg zum Vorsprung, ohne durch mehrere Privatwohnungen zu gehen, außerdem lassen sich die Fenster dort nicht öffnen und keiner der Bewohner des Hauses hat Ray im Belvedere bemerkt oder seinen Sturz vom Dach mitbekommen. Die Überwachungskameras im Gebäudekomplex haben ihn nicht aufgenommen und die Kamera auf dem Dach funktioniert nicht. Nachdem in der Netflix-Serie Unsolved Mysteries dann der Fall vorgestellt wurde, veröffentlichten die Macher der Serie kurze Zeit nach der Ausstrahlung ein Interview mit einer weiteren Theorie, die es in die Folge nicht geschafft hat, aber seitdem viel im Internet diskutiert wird. Wurde Ray Rivera aus einem Hubschrauber gestoßen? Oder vielleicht sprang er daraus? Und das würde dann aber auch bedeuten, dass ein Hubschrauber am Abend des 16. Mai 2006 dicht über dem Belvedere hätte fliegen müssen, aber niemand der Bewohner hat etwas mitbekommen. Fragen werfen jedoch auch die Gegenstände auf, die bei der Leiche von Ray gefunden wurden. Sein Handy, das ist nicht beschädigt und auch das Display hat keinen einzigen Sprung. Wie kann es sein, wenn es zusammen mit Ray aus scheinbar extremer Höhe fiel, dass es unbeschadet geblieben ist? Und auch seine Brille ist nicht beschädigt, nicht ein einziger Kratzer ist drauf und das Einzige, was beschädigt ist, ist einer von seinen Flip-Flops, der weist außerdem Schleifspuren auf. Schnell haben Rays Familie und seine Freunde den Verdacht, dass diese Dinge nachträglich dorthin gelegt wurden, als würde man einen Suizid inszenieren wollen und ein Geldclip, den Ray immer bei sich hatte, fehlt bei seinen Sachen. Und auch im Auto ist dieser nicht zu finden und er ist bis heute nicht aufgetaucht. Und trotz dieser vielen, ja, Ungereimtheiten kommt die Polizei sehr schnell zu einer Erklärung, denn sie sagen, es muss Suizid gewesen sein und das, obwohl sie sich nicht selbst erklären können, von wo er sprang und wieso er Selbstmord begangen haben sollte. Ray war glücklich, er hatte gerade seine langjährige Freundin Allison geheiratet, mit der er dann auch eine Familie gründen wollte. Es gab keine Anzeichen vor, dass Ray vorgehabt hatte, sich umzubringen. Und auch die Gerichtsmedizin geht nicht von dem Suizid aus. Sie stufen seinen Tod als ungeklärt ein, denn die Frakturen an seinem Bein passen nicht zum vermeintlichen Sturz. Seine Familie kann außerdem bis heute nicht akzeptieren, dass Ray Rivera laut der Polizei ein Suizid begangen haben soll. Und sie kämpfen seit 15 Jahren für die Aufklärung von Rays Tod, aber nicht nur, wie er starb, ist ein Rätsel. Allison durchsucht nach seinem Tod seine Sachen, um dort vielleicht einen Hinweis zu finden, was mit ihrem Mann passiert ist und hinter seinem PC findet sie eine kleine Notiz, die bis heute für sehr viele Spekulationen sorgt. Diese Notiz muss am Tag sein, eines Verschwindens geschrieben worden sein, denn der Rest dieses ausgeschnittenen Zettels lag nach seinem Verschwinden immer noch im Mülleimer. Und dort steht geschrieben, Zitat, Und es stehen verschiedene Namen auf dem Zettel, darunter sind dann auch Stars und welche von seinen Familienmitgliedern und Freunden und darüber schreibt er, dass diese Menschen vom Rat fünf Jahre jünger gemacht werden sollen. Und auch Porter Stansberry ist aufgeführt, aber sein Name ist nur in Klammern gesetzt und dort steht, dass das nur vom Rat vorgenommen werden sollte, wenn er es nicht selbst schon macht. Allerdings fehlen dann auch Namen auf der Liste, besonders von Leuten, die er mochte und außerdem sind dort Filme aufgelistet, die Ray gern gesehen hatte, aber nichts auf diesem Zettel ergibt Sinn. Was soll er bezwecken? War die Notiz ein Code oder ein Zeichen für etwas? Und Alison googelt daraufhin nach dem ersten Satz, der in der Notiz steht und sie findet heraus, dass der Satz von den Freimaurern verwendet wird. Ray interessiert sich zwar für geheime Gesellschaften, aber vor allem aus Recherchezwecken für seine Drehbücher. Ein lokaler Fernsehsender berichtet allerdings nach dem Fund seiner Notiz, dass sich Ray Rivera vor seinem Tod mit einem Mitglied aus der Freimaurerloge aus Maryland getroffen hätte und sich nach dem Beitritt erkundet haben soll. Und am Wochenende vor seinem Verschwinden las er das Buch The Builder, auf das sich die Philosophie der Freimaurer stützt. Ein Tag vor seinem Verschwinden wurde er außerdem in einer Buchhandlung gesehen, wie er das Buch Freimaurer für Dummies kaufte. Das FBI stuft die Notiz zwar jetzt nicht als Selbstmordschreiben ein, aber neue Ermittlungen werden dennoch nicht eingeleitet. Und es wird bis heute sehr viel darüber diskutiert, ob Ray Rivera vielleicht etwas aufgedeckt hatte, weshalb er ermordet wurde und dass die Freimaurer etwas mit seinem Tod zu tun gehabt hätten. Beweise gibt es dafür allerdings nicht. Merkwürdig ist auch, dass sein Freund Porter Stansbury in der Notiz extra erwähnt wird. Also in Foren wird dann allerdings auch diskutiert, dass gar nicht der Inhalt der Notiz von Relevanz ist, sondern die Form des Zettels und die Anordnung der Sätze, denn die ergeben zusammen Herb. Aber was hat es doch mit dem Anruf auf sich, den Ray vor seinem Verschwinden erhielt? Man kann dann herausfinden, dass dieser von seiner Arbeit kam. Aber niemand weiß, worum es in dem Telefonat ging und wer ihn angerufen hatte, denn von welchem Telefon aus der Anruf getätigt wurde, kann nicht ermittelt werden. Es muss jedoch etwas gewesen sein, was Ray aufführte und wodurch er hastig und in Panik das Haus verließ. Er sagte niemandem Bescheid, dass er geht, obwohl es eine Freundin im Haus war und er zog sich keine anderen Schuhe an, fuhren Flip-Flops los und er parkte auch den Wagen hastig. Die Freundin, die mit ihm im Haus war, sagte auch, dass das Gespräch sehr kurz war und Ray es mit einem Ausruf des Ohs beendete, also er sagte Oh. Merkwürdig ist außerdem, dass die Firma Stansbury & Associates Investment von seinem Freund Porter Stansbury nur wenige Stunden nach dem Fund der Leiche eine Nachrichtensperre durch ihre Anwälte verhängt. Keiner seiner ehemaligen Kollegen darf somit von der Polizei oder von Journalisten befragt werden oder mit ihnen sprechen. Und nur ein Ermittler im Morddezernat glaubt nicht an die Selbstmordtheorie und versucht immer wieder Porter Stansbury zu vernehmen, aber sämtliche Anfragen für Befragungen lehnt er ab und er spricht auch mit Reporter nicht. Erst nach der Ausstrahlung von Unsolved Mysteries bricht Porter Stansbury dann sein Schweigen. Er gibt der Baltimore-San ein Interview, in dem er sagt, dass die Netflix-Serie und alle, die dafür interviewt wurden, die Fakten verdreht hätten. Angeblich hätte Ray schon lange nicht mehr in seiner Firma gearbeitet und seine Mitarbeiter hätten angeblich nie einen Knebelvertrag unterzeichnen müssen, der die Zusammenarbeit mit der Polizei verbietet. Porter Stansbury vermutet in dem Interview, dass Ray unter psychischen Problemen litt und ihn deshalb auch unterstellte, Freimaurer zu sein. Dass Ray psychische Auffälligkeiten vor seinem Tod gehabt hätte, kann allerdings niemand in seinem Umfeld bestätigen. Außerdem streitet er ab, dass der Anruf von Rays Tod aus seiner Firma stammt. Zitat Jede Person in unserer Firma, die mit Ray zusammengearbeitet hatte, war zum Zeitpunkt des Anrufs an der Ostküste und hatte einen Firmenretreat in St. Michael. Niemand in meiner Firma war in der Stadt, als Ray verschwand. Die Idee, dass wir ihn von unserer Telefonzentrale aus angerufen haben, ist lächerlich. Trotzdem überschlagen sich nicht nur im Internet die Gerüchte, dass Porter vielleicht etwas mit dem Tod seines Freundes zu tun gehabt hätte, auch Allison und Rays Familie verstehen seit seinem Tod nicht, warum der Unternehmer jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert, obwohl er sich anfangs bei der Suchaktion nach Ray noch engagiert hatte. Hat er oder vielleicht seine Firma etwas mit dem Tod von Ray Rivera zu tun? Porter Stansberrys Firma und der Finanznewsletter, für den Ray arbeitete, standen schon lange im Fokus der Börsenaufsichtsbehörde und da falsche Informationen über die Akten verbreitet wurden, die dann als Betrug eingestuft wurden und als Ray von Porter eingestellt wird, sollte er mit dem Newsletter diesen Ruf der Firma dann verbessern. Und es war, er war mit dieser Aufgabe nicht sehr glücklich. Zwei Wochen vor seinem Verschwinden soll Ray oft nachdenklich gewesen sein und außerdem fällt Alison noch ein weiterer seltsamer Vorfall auf. Einen Tag vor Rays Verschwinden ging in der Nacht die Alarmanlage ihres Hauses los und Ray soll sehr ängstlich und panisch reagiert haben und sich sofort mit einem Baseballschläger bewaffnet haben. Wovor hatte Ray Angst? War jemand hinter ihm her oder wurde er schon einmal wegen seiner Arbeit bedroht? Alison findet dann später auch heraus, dass wirklich jemand versucht hatte, einen Tag vor Rays Verschwinden in das gemeinsame Haus einzubrechen. Könnte der versuchte Einbruch also etwas mit seinem Verschwinden zu tun gehabt haben? Hatte er Feinde, von denen er niemandem erzählte? Und wenn ja, hatten sie mit seiner Arbeit zu tun? Hatte Ray Informationen aus dem Finanzsektor oder über Porter Stansberrys Firma, die er vielleicht veröffentlichen wollte? Und wollte jemand genau das verhindern? Bis heute bleibt die Polizei von Baltimore bei ihrer Theorie. Ray Rivera hat Selbstmord begangen. Und auch nach der Ausstrahlung von Rays Fall bei Netflix gibt es bis heute keine neuen Ermittlungsansätze oder Zeugen. Alison und Rays Familie sind aber davon überzeugt, dass es irgendjemand dort draußen gibt, der weiß, warum und wie Ray getötet wurde. Und sie hoffen nun auch 15 Jahre später, dass eines Tages jemand sein Schweigen bricht. Ermittlungsansätze Vielen Dank.